Hallo und willkommen bei Hardware-Rat. In diesem Video das Update des 300 Euro Gaming-Computers September 2016. Als Prozessor der AMD A10 7700K mit 4x3,4 Gigahertz. Er hat einen Turbo-Takt von 3,8 Gigahertz, 95 Watt TDP. Er hat einen KM-Namen, was heißt man kann den Multiplikator beliebig verstellen. Er hat eine AMD R7 Grafikeinheit und er wird in der Boxversion geliefert, das bedeutet ein Kühler, ist schon dabei. Von der Prozessorleistung her reicht der Prozessor auf jeden Fall für die derzeitigen Spiele aus. Da er einen KM-Namen hat, kann man auch notfalls den Prozessor noch etwas übertakten. Die Grafikeinheit reicht für die meisten derzeitigen Spiele. Für die etwas älteren bzw. nicht so anspruchsvollen Spiele reicht sie aber auf jeden Fall aus, zum Beispiel Counter-Strike Global Offensive oder League of Legends. Wenn man etwas anspruchsvollere Spiele spielen möchte, kann man auch nachträglich noch eine Grafikkarte nachrüsten. Dann jetzt melden wir das MSI A68HME33V2 mit dem AMD A68 Chipsatz. Es hat USB 3 S8H3, 2D der 3 RAM-Bänke, Pizza Express 3.0, ein 5.1 Soundchip und am IO-Panel 2x PS2, 2x USB 3, VGA und HDMI für die integrierte Grafikeinheit des Prozessors, 2x USB 2, eine LAN-Buchse und drei 3,5mm Klinken für den Soundchip. Als Arbeitsspeicher 8GB von G-Skill, DDR3 2133 und CL10 sind sehr schnell, es ist ein Dual-Kit, was heißt man kann ihn im Dual-Gen-Modus betreiben und 8GB reichen derzeit für flüssige Spielen auf jeden Fall aus. Und als Festplatte eine 1TB von Toshiba, sie gehört mit 7200 Umdrehungen und 3,5 Zoll zu den schnellsten Desktop-Festplatten und 1TB soll für die meisten unter euch ohne Probleme ausreichen. Als Netzteil das 430W Xilence Performance A+. 430W sind für den PC natürlich viel, viel mehr als genug, man hat also noch ordentlich Platz zum Aufrüsten. Und als Gehäuse das Sharkoon T3V. Es ist ein Gehäuse mit viel Platz für Komponenten, außerdem ist ein Lüfter bereits vorinstalliert, aber natürlich könnt ihr selber entscheiden, welches Gehäuse ihr nehmen wollt. Optional, wenn ihr den PC nicht selber zusammenbauen wollt, könnt ihr ihn auch für 29,90 Euro zusammenbauen lassen. Dann bedanke ich euch fürs Zuschauen, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Falls das Video älter als zwei Monate ist, bitte in die Beschreibung schauen, dort auf den jeweiligen Link klicken, dieser wird euch immer zur neuesten Version. Dann bis zum nächsten Video.